ja moin moin wieder ganz herzlich zurück willkommen auf dem kanal und ja heute ist mal wieder digitale zeit und zwar ist die neue m games akamaniac da und ihr seht schon mit schicken abo cover und ja was haben wir denn da wohl was ist im moment in aller wunde genau in der munde es ist village genau resident evil und ja ich muss sagen ich habe es mir auch angeschaut es gibt ja so den ein oder anderen streamer im internet der sich ja damit beschäftigt möchte ich mal sagen und es ist natürlich echt schick kann man nicht anders sagen aber ego perspektive ist halt nicht so meins das ist ja greift leider auch auch auf village aber naja ist halt geschmackssache ansonsten natürlich super schick gemacht kann man nicht anders sagen so wir gucken mal ja hier da fühle ich mich eher zu hause hier so ein bisschen oldschool retro pixel ja ne sehr sehr schön okay wir schauen mal was haben wir denn erstmal natürlich inhaltsverzeichnis top thema deathloop haben wir okay ratchet and clank alles klar die kommen doch auch sehr bekannt vor dann natürlich aktuell was haben wir denn da evacate spielstudio deutsche computer spielpreis 21 20 serien check buch check buch ist auch mal gut jawohl dann natürlich coming was uns denn da so schönes erwartet previews was uns dann auch weiter in weiterer fern erwartet spielt es natürlich nachspiel auch mal ganz interessant import only finde ich auch immer sehr spannend weil da ja solche sachen die hat man meistens gar nicht auf dem schirm genau wie download sage ich ja jedes mal an der stelle bei der unüberschaubaren flut die es an download spielen gibt in der knappen zeit die man normalerweise so als berufstätiger mensch hat ja da ist das immer ein bisschen schwierig da ist es schön wenn man damit der nase auf ein paar ausnahmetitel gestoßen wird und ja dann wollen wir mal schauen was es da so schönes gibt dann natürlich interaktiv die leserbriefe und dann auf der rechten seite unser spiele index ja was haben wir in der versenkung verschwunden teil zwei genau da gucken wir mal rein so jetzt wollen wir weiter schauen also was heißt weiter wir fangen erstmal an und zwar mit deathloop genau top thema da gibt es schön viel zu lesen mal wieder und auch hübsche bilders dazu wie üblich ich finde ja mal so dieses um das maß beim design das muss man immer schön abwägen also beim layout wie viele bilder zu wie viel text und ich finde gerade im spielebereich ist es auch wichtig viele schöne bilder zu zeigen weil man kann natürlich auch über ein spiel monologisieren ohne ein einzelnes bild davon gesehen zu haben funktioniert aber meiner meinung nach nicht wirklich ach ja guck die kollegen die aber auch schon mal gesehen ja genau was bisher geschah 2002 das erste mal für playstation genau die haben wir auch schon gesehen wo war ich stehen geblieben ach so genau verhältnis bilder zu text sollten auch immer bei beim gaming auf alle fälle schöne viele und auch bunte bilder dabei sein und ja sehr cool und hier haben sehen wir das halt ich finde das verhältnis hier bei der manik immer sehr ausgewogen und ja wie gesagt lese ich sehr sehr gerne die zeitung sondern geht es weiter mit aktuell das ist ja auch immer ganz cool wenn man mal so ein bisschen was sehen will was man wahrscheinlich nicht so auf dem schirm hat so ein bisschen was ausgefallen ist zum beispiel ein paar neue nachrichten die man jetzt wenn man das nicht permanent verfolgt in den medien dass man ja auch mal so einen kleinen interessanten stichpunkt kriegt da kann man dann aber wenn man das thema noch tiefer verfolgen möchte natürlich im netz noch mal nachschauen aber halt dass man mal so ein bisschen so einen kleinen denk anstoß kriegt oder so kleine nette ideen wie hier zum beispiel so ein kleines pixel buch sowas finde ich ja auch immer guldig ne aber wenn ich kohle hätte leute ne ich hätte die gute ich habe die ja so schon gut voll stehen mit krempel aber ja ihr wisst was ich meine jawohl ja hier retro 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 evercade vs kommt im november ja ne retro ist ja immer noch zum glück ein sehr sehr großer trend und sehr großer bestandteil der aktuellen videospiel szene und pc gaming szene deswegen bin ich da absolut begeistert dass die leute das auch so ja wieder annehmen und angenommen haben weil ja es war ja eine zeit lang immer der trend so haben muss alles geiler mit grafik und ja ist auch toll aber ne also meine frau und ich wir sind schon immer die retro leute gewesen also weil ja ich bin schon alt genug meine frau hat auch so die zweite welle quasi mitgekriegt damals und deswegen sind wir halt so quasi natural born retro players wenn man das mal so nennen will ich finde super dass da halt auch auf dem aktuellen markt immer neue spiele im retro look erscheinen ja habe ich glaube ich schon öfter gesagt ich finde es einfach nur gut ja wir schauen ein bisschen weiter spiele studie nintendos games im baukasten ok joda ein bisschen vr hier das ist natürlich auch ein interessantes thema der gewinnern des dcp 2021 da könnte man ein bisschen nachlesen bisschen werbung natürlich ne also wer bock hat seine bude mit arkadeautomaten vollzustellen ich finde die idee total gut platz und geld das wäre mal was und zeit zeit natürlich auch was bringt die ganze das ganze schön spielzeug wenn man nicht dazu kommt also ich habe das jetzt wieder gesehen ich habe mir ein zwei sachen geholt auf steam im angebot zum beispiel allen harvest da war ich ja schon lange spitz drauf das gab es ja letztens im angebot ich bin noch nicht dazu gekommen das zu zocken es ist zum holen es ist einfach zum holen aber naja was willst du machen irgendwann ne da komme ich auch dazu ja so genug rumgeheult wir sind hier bei extended apple card wir schauen da mal rein dann geht es weiter mit coming natürlich was rauskommt sniper ghost warrior contracts to ok auch hübsch spiele termin hier wieder eine schöne liste the great ace attorney chronicles ok adventure auf der switch bullets permanents tale of a rise lost judgment ok dann haben wir hier ein box spiel als nebenquest ok alles klar das ist natürlich auch lustig abro kampfspiel ich weiß nicht ob ihr das irgendwie schon gesehen habt oder ob ihr euch in die richtung wenn ihr euch in die richtung interessiert auch so wrestling und so ich sag mal die wwe titel die sind ja so ein bisschen ausgelutscht es kommt jetzt ich hoffe es kommt irgendwann mal also das ist jetzt noch in entwicklung ich weiß auch nicht wann es kommt das nennt sich ultra violence wrestling glaube ich und das ist halt wirklich ja inspiriert von so liegen wie gcw ccw also wirklich mit allen möglichen waffen und gedöns und ja neonröhren und ja tischen stühlen feuer hast du nicht gesehen schaut einfach mal rein auf der page im internet findet er auf jeden fall und wer da bock dran hat ich musste gerade so an alte lustige mortal kombat erinnerungen und ja unverständliche japanische wrestling spiele als import denken wo wirklich alles auf japanisch war inklusive der anleitung und den screen texten das war schon abenteuerlich so egal wir schauen mal weiter ja jetzt zu fuma denn ich hoffe das ist richtig ausgesprochen da habe ich tatsächlich auf meiner playlist bei youtube habe ich jetzt mal den gregor da drauf gepackt der hat das ja geletzt plate und die meinung von dem da bin ich immer ja eigentlich immer ziemlich seiner meinung was der so von sich gibt kann ich euch auch nur ans herz legen falls ihr nicht kennen solltet aber ich denke mal auf jeden fall und ja der hat das auch angezockt das habe ich wie gesagt noch auf der playlist bin ich auch nicht zu gekommen da bin ich auch mal gespannt wie das so aussieht oder wie sich das was er so darüber meint weil aussehen tut es gut suchen ist richtig ja natürlich teenage mutant ninja turtles und das kennt der ein oder andere vielleicht noch von früher ja und ich persönlich bin auf alle fälle sehr begeistert damals davon gewesen ich schwecke gerade schon wieder in erinnerung und ja das ist damals rausgekommen auf dem was war das denn super nintendo muss das gewesen sein ich weiß schon gar nicht mehr ich denke doch prügelspaß blablabla in der 20 80er ich gucke gerade ob ich irgendwo finde wo das 16 bit ja genau müsste dann ja klar das war dann super nintendo also das haben ein kollege und ich mal das konnte man zu zweit spielen und ja da gab es halt immer schöne keilerei und genau man konnte halt die footgang leute hier auch in die kamera schmeißen da wurden die so geschleudert ach das steht ja auch für idioten wann wo was rausgekommen ist super nintendo 92 genau 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 super super cool und ich finde es echt cool dass da jetzt wieder quasi was neues von rauskommt beziehungsweise ein remake und da freue ich mich richtig drauf wir wollen die verrückten fans zufriedenstellen ja genau so einer bin ich absolute jugend oder kindheitserinnerung ich weiß gar nicht wann ist das rausgekommen super n es war 92 ja guck da war ich wie alt war ich denn da zwölf ungefähr würde ich sagen ja so elf zwölf ja sehr cool auf jeden fall da werden doch erinnerungen also da habe ich auf jeden fall bock drauf und es kommt auch für die switch super gut super super gut so blättern wir mal ein bisschen weiter extended wir verstehen was zu einem guten remake gehört und sind auch gut darin sie dann zu vermarkten ja das ist natürlich etwas groß spurig aber ja warum auch nicht wenn es funktioniert streets of rage ja streets of rage vor das wollte ich mir auch noch mal zur brust nehmen ja die zeit die zeit so weiter geht's mit scarlet nexus sieht auch sehr interessant aus ja ein action rpg es gibt so viele sachen wo man eigentlich mal ein auge drauf werfen müsste und das nicht nur in digitaler sondern auch in analoger form an spielerei das ist aber man es gibt einfach zu viel zu viel schöne sachen die man sich angucken müsste und zu wenig zeit und geld dafür es ist einfach so das ist einfach so so dann geht es hier weiter mit crayon schien schen ui weh okay ich hoffe das war jetzt richtig ausgesprochen ähm das da drunter das das spreche ich mir nicht aus das könnt ihr euch versuchen auch interessant jawohl so weiter geht das jawohl df digital foundry ja pixel performance und viel mehr detaillierte technikanalysen zu neuen spielen stehen hoch im kurs ah ok alles klar ja wieder interessanter artikel hier zwischendurch mal ne sowas finde ich ja auch mal schön wenn man sowas mal außer dem normalen drumherum äh außer dem normalen spielen halt auch ein bisschen drumherum was zu sehen kriegt und zu lesen ja tariken natürlich auch äh super gut jo es war einmal mai 2001 ja mai das ist schon ein paar tage her ne ja jetzt geht er los mit den spieletests wir gucken was haben wir in der confidential mission ill bleed okay jo jo das ist schon ein paar tage her ja das stimmt so wir gucken resident evil village geht es los im max test und ähm ja ja dann schauen wir mal was denn hier so an ähm ich gucke gerade auf die bilder da kann ich wieder entsprechen äh was hier so rauskommt an testergebnis und ihr seht grafisch natürlich sehr lecker ähm was missfällt denn so die rückblickend total äh vielversprechende geschichte die rückblickend totaler mist ist okay das ist natürlich geil action statt grusel ja auf normal zu einfach das ist ja okay ähm das kann ich nicht beurteilen aber ja action statt grusel einer meiner Hauptkritikpunkte bei resident evil äh auch bei den Filmen zum Beispiel resident evil so wie das gestartet ist ähm ja resident evil 1 war damals echt gruselig und ich hab ja schon erzählt dass ich das damals mir vom Munde abgespart hab im wahrsten Sinne des Wortes und dann als US-Import geholt hab und dann nachts mit offenen Fenster gespielt hab im Dunkeln so muss das sein wie das damals war ne wo da die Hunde durchs Fenster gesprungen kamen oder irgendwie ein Zombie dann doch auf einmal einen wieder ins Bein gepackt hat äh wenn man so einen richtigen Schock gekriegt hat so muss das sein und ja Action statt Grusel das passt so in mein Bild dass jetzt die Ego-Shooter ne alles auf äh ja Hauptsache Commerz ich fänd mal wieder so ein aus der ISO-Perspektive so einen richtig ähm coolen ja Survival-Horror-Klassiker richtig richtig gut äh der einfach mal wieder auf die Atmosphäre geht und ja das ist halt so meins aber naja trotzdem gute Wertung gekriegt war nicht anders zu erwarten das ist ja auch es sieht natürlich auch gut aus ne man kann's ja nicht anders sagen aber ich würde das jetzt auch eher so in ja es macht halt so einen so einen normalen Ego äh Game-Eindruck und das find ich schon schade muss ich sagen das find ich schade so Returnal jawoll da hab ich auch noch ein Let's Play auf der ähm To-Watch-List bei mir auf YouTube das wollte ich mir auch schon mal länger angucken das hat auch super gut abgeschnitten hier dieses Erfolgsgefühl ist wertvoller als jede In-Game-Belohnung okay Extended wir wollen dass sich jeder neuer Ablauf frisch und einzigartig für den Spieler anfühlt wir wollen sie überraschen und fesseln ja das ist natürlich mal ne ne sehr gute ähm ne sehr gute äh Einstellung Biomutant haben wir hier als nächstes am Start auch gute Wertung gekriegt sehr gute Wertung tatsächlich ja da natürlich etwas Werbung für das Kombi-Abo von Audiovision und M-Games weiter geht's mit A-Type Final 2 ja ne A-Type ihr ballert euch mal wieder von links nach rechts das übliche aber auch in sehr schöner Grafik ne ja es gibt so Spielprinzipe die werden einfach nicht langweilig ne das ist einfach so wenn man da ein bisschen schön die Grafik neu macht und so dann funktioniert das immer noch wahrscheinlich auch in 30 Jahren noch so Battle X haben wir Terminator Resistance okay das hat nicht so schön abgeschnitten Plants vs. Zombies mit erschreckend guter Wertung oder erstaunlich guter Wertung man weiß es nicht dann haben wir Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster okay alles klar auch gut abgeschnitten Subnautica Below Zero das sagt mir mal spontan überhaupt gar nichts okay Wreckfest am Start jo das hab ich auch schon für was für ein System aus dem PS5 jawohl ähm hab ich auch schon mal ins Auge gefasst aufgrund meiner ähm ja ich bin eigentlich nicht so der Sportspiel Fan aber halt so ein bisschen heizen und die Karren kaputt fahren ich sag nur Destruction Derby auf Playstation 1 ne das war dann doch schon irgendwie so ein Spiel was ich sehr sehr gerne gespielt hab äh hab so New Pokemon Snap ja Pokemon wie gesagt ich komm da irgendwie nicht rein in die Welt das ist mir zu quietsche bunt und niedlich das ich weiß es nicht weder bei Videospielen noch bei dem Kartenspiel ähm ich weiß ja nicht ob ihr irgendwas mit Trading Cards am Hut habt aber gebt mal irgendwie TCG ein bei eBay Kleinanzeigen oder so dann kommen zu 95% erstmal Pokemon Gedönse raus und ich find das schon krass das muss einen enormen Marktanteil haben wie das bei Videospielen das weiß ich nicht aber äh ja ich find's schon erschreckend na gut wer Bock dran hat so ich hab auf alle Fälle an sowas hier Bock das sieht natürlich wieder richtig richtig gut aus ähm Gunforce 2 sehr schön neu umgesetzte Spielhallenschlager das ist ne das ist doch mal was ganz nach meinem Geschmack schön so ja ein bisschen Propotector Style ein bisschen Metal Slug Style äh ne schön pixelig aber auch nicht zu pixelig also ich bin absolut in der 16-Bit-Ära hängen geblieben es ist einfach so so Nachspielkampf ums Überleben Streets of Rage 4 ja wie gesagt da muss ich auch nochmal ran wenn das mal irgendwann günstig ist und ich ein bisschen Luft hab das ist auch äh ich denke mal das kann man auch zu zweit spielen konnte man damals wenn ich mich recht entsinne das wäre nämlich auch was für meine Frau und mich wir zocken ja gerne so Prügeldinger zu zweit durch Beat'em Up Update jo wer gerne auf Konsole die Handkanten schwingt hat es heute dank zahlreicher Edition DLCs und Season Pass sind nicht immer leicht wir versuchen Licht ins Klopper dickig zu bringen jo das ist natürlich so dann denkt man man hat ein Spiel dann muss man sich noch ein DLC holen für den Charakter und das damit er auch irgendwie eine andere Unterhose an hat und so und ich weiß noch früher da hat man sich ein Spiel gekauft und dann hatte man das Spiel das ist voll die Seuche muss ich ganz ehrlich sagen bin ich kein Fan von von diesen ganzen DLCs dann lieber irgendwie ein komplett neues Spiel als Erweiterung also mit Erweiterung rausbringen und dann eine komplette Erweiterung aber nicht immer dieses Diss und Jenes und weiß nicht fand ich noch nie gut und ich bin auch immer noch sehr großer Fan von Offline Spielen die man sich einmal runterlädt beziehungsweise die man sich kauft und die man dann am Rechner oder auf der Konsole zockt ne als Modul und dann ist Ende im Gelände und nicht immer dieses ein bisschen hier noch ein bisschen da noch und wenn ihr euch nur das Grunddings holt dann könnt ihr eigentlich nicht alle spielen und bläh ne ist nicht meins naja so jetzt kommen wir zum Download Only Bereich und da sind ja auch mal so ein paar Hidden Gems dazwischen würde ich mal sagen Farmicon Detective Club sagt mir auch überhaupt nichts Boomerang X Ok Lawn Mowing Simulator Ok Eine Arbeitssimulation und ja ihr könnt Rasen mähen Ja ne klar alles klar The Longing Heavy Burger Interessant The Longing dagegen schließt sehr gut ab Spielzeit 400 Tage Hoppa Ok Das ist natürlich sportlich das ist mal über ein Jahr Hood Outlaws and Legends Ok Legend of Keepers Ah ja das habe ich auch schon mal gesehen hat nicht so gut abgeschnitten Ok There is no game wrong dimension Das sagt mir auch wieder gar nichts Spielzeit 4 bis 5 Stunden Ok das ist knapp Was machen wir denn da schönes Adventure Ok Ah das sieht aus als das könnte was für meine Frau sein Ja Eigenwilliges Point and Click Adventure mit massenhaft schrägen Ideen Oh das könnte auch was für mich sein Ja sowas zum Beispiel hat die überhaupt nicht auf dem Schirm Würde ich mir dann aufgrund dieses Berichts dann mal einfach mal angucken wollen Skate City Hitchhiker Breath Each Mortal Wombat Ja geil Jet Lisbon Devil Slayer Raksai Ok Action Mhm 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 Sieht so ein bisschen ja bisschen Diablo mäßig aus Schauen wir mal Schauen wir mal Schauen wir mal Meshmaker Pinball Pinball scheint anscheinend auch immer zu gehen Rain on your Parade Godstrike Gravita Atelier Mysterious Deluxe Pack Ja Die guten Ateliers Ne Da gibt es ja auch viele Und da gibt es ja noch weitere Auch immer gelistet Was schon getestet wurde Da steht die Wertung auch gleich mit dabei Preis steht auch mit dabei Finde ich sehr gut So Dann kommen wir zur Import Ecke Und Ja Da gibt es auch so ein paar ausgefallene Sachen immer Die man dann für Taurus Geld kaufen kann Die Pokémons verfolgen mich heute auch mal wieder Dann haben wir Cotton Reboot Okay Das kenne ich gar nicht Hat aber auch eine sehr gute Bewertung bekommen Alles klar Und dann kommen wir schon zu den Interaktiv Also sprich eure Leserbriefe und so weiter und so fort Da könnt ihr dann halt wie früher Einfach mal so Kontakt aufnehmen Ne Das gab es ja früher auch Haben wir auch in unserer Kindheit und Jugend öfter mal gemacht Dass wir damals irgendwie Leserbrief mal dahin geschrieben haben Oder man konnte auch damals Mal eine Komplettlösung dahin schicken Dann wurde man in der Zeitschrift abgedruckt Ne Uh Das war auch sehr spannend Und ja Ich weiß noch mein Kollege Der hat es tatsächlich geschafft Ich glaube in einem Megafun Damals hat der Den Zu Common & Conquer 1 Tatsächlich Zu dem Konsolen Release Auf der Playstation 1 Genau Müsste das gewesen sein Ja Hat er das Ratzi-Fatzi durchgespielt Und die Komplettlösung da eingeschickt Weil der hat sich bei mir immer eingeschlichen Ich habe damals meine gesamte Kohle Die ich noch hatte So von Kommunion Was man so damals zusammengerafft hatte Habe ich im PC investiert Habe mir damals Common & Conquer 1 geholt Also quasi den PC Eigentlich nur für Common & Conquer 1 Und ja Der hat sich dann irgendwie Bei mir immer eingenistet Und hat das dann irgendwie Schon tausendmal durchgespielt gehabt Und deswegen war der auf der Konsole Dann auch Ratzi-Fatzi Schnell fertig Und hat dann Die Komplettlösung eingeschickt Die dann auch abgedruckt wurde Da war er ganz stolz drauf Das weiß ich noch Ja Kleine Anekdote aus der Jugend So Wir machen weiter Und gucken hier Was haben wir hier Hier haben wir das Abo Ja Wenn ihr Lust und Laune habt Die Jungs zu unterstützen Die hier immer noch An Printmedium Also gibt es digital Und als Printmedium Aber die auch noch Das Printmedium unterstützen Was ich sehr sehr gut finde Dann habt ihr die Chance Das zu abonnieren Abo ist Ja Einfach und schnell abgeschlossen Links habt ihr auch unten Zur Seite Und Ja Was wollte ich sagen Achso genau Wenn ihr quasi sagt Ja Aber Abo ist immer so eine Drückergeschichte Hierbei ist es ganz cool Wenn ihr das irgendwie abschließt Und dann irgendwann Keinen Bock mehr habt Dann sagt ihr Ich möchte jetzt ab jetzt nicht mehr Und wenn ihr den Betrag schon bezahlt habt Kriegt ihr den Rest raus Das ist Jederzeit Geld zurück bei Kündigung Also für die Ausgaben Die ihr dann nicht mehr gekriegt habt Für das Abo Dann Ja Kriegt ihr das zurückgezahlt Finde ich super fair Und so macht das auch Laune So Sicherheit für Spielstände Jo Das ist ja auch immer so eine Geschichte Was haben wir denn hier Die ersten Retro-TÜV-Ausgaben Wenn wir uns mit Hardware beschäftigt Jetzt werfen wir einen Blick auf Die Vergänglichkeit der Speicherstände Boah Wenn man da Stunden über Stunden investiert Dann lässt sich der Scheiß nicht mehr laden Ich glaube jeder kennt es Irgendwo her Das ist echt Echt finster Jo Diese ganze Retro-Geschichte Finde ich ja immer sehr schön Dass sie auch abgedruckt wird Immer Ja und dann sind wir schon durch Und haben dann hier auch Die Vorschau Für Den nächsten Monat Endlich E3 Alle News von der Games-Messe Ja guck Genau Die E3 Ähm Zu mir ans Bett Damit ich das abends dann immer schön lesen kann Und ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß Ich konnte euch so ein bisschen zeigen Was hier drin wohnt Habe euch ein bisschen mit meinen Anekdoten zugeschwafelt Wenn es euch gefallen hat Lasst gerne einen Daumen da Oder auch einen Kommentar Am liebsten natürlich ein Abo Ihr kennt die Nummer Und ja Würde ich sagen Ich bin raus Wir sehen uns im nächsten Video Bis dahin Macht's gut Ciao Ciao